Wir gestalten die Zukunft für über 85 Fachbetriebe. Das heißt, der Schwerpunkt bei uns ist die Forschung und Entwicklung von Produkten, die Ausbildung unserer Fachbetriebe und zu guter Letzt beraten wir sie auch. Hast du Bauwesen oder Architektur studiert? Willst du Teil unseres Teams werden? Wir haben Interesse, dich kennenzulernen. Bewirb dich bei uns! Untertitelung des ZDF für funk, 2017